Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. In Deutschland herrscht also das Volk. Allerdings kann nicht jeder dauernd bestimmen, was wie gemacht wird. Alle paar Jahre gibt es dafür Wahlen. Dann dürfen alle Deutschen, die bereits 18 Jahre alt sind, entscheiden, welcher Partei oder welchem Politiker sie ihre Stimme geben. Bei einigen Wahlen ist das Wählen schon mit 16 erlaubt. Dabei sind alle Stimmen gleich viel wert. Es ist völlig egal, welche Bildung oder Hautfarbe jemand hat und ob jemand arm oder reich ist. Und die Wahlen sind frei. Jeder darf also frei entscheiden, für welche Partei er oder sie stimmt. Niemand darf andere unter Druck setzen, eine bestimmte Partei zu wählen. Es ist die Aufgabe der Parteien, die Wählerinnen und Wähler mit ihren Ideen und Programmen vor der Wahl zu überzeugen. Dabei können die Parteiprogramme so unterschiedlich sein, wie die Menschen, die in unserem Land leben. Das ist auch gut so, damit für jeden was dabei ist. So hat jeder Bürger die Möglichkeit, Einfluss auf die Politik zu nehmen. In einer Demokratie gilt, am Ende soll die Mehrheit entscheiden. Die Partei mit den meisten Stimmen bildet in der Regel die Regierung. Wer sie nicht gewählt hat, muss das akzeptieren. Aber vielleicht gewinnt seine oder ihre Partei ja das nächste Mal wieder. Übrigens gibt es in Deutschland keine Wahlpflicht. Man kann am Wahltag auch einfach zu Hause bleiben und nicht wählen. Aber dann hat man eben auch keinen Einfluss auf das Wahlergebnis. Man kann am Wahltag auch einfach zu Hause bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020